Fayyé Marzai ist eine britische Schauspielerin. Leben und Karriere Fayyé Marzai wurde in Middlesbrough im Nordosten Englands geboren. Sie besuchte die Bristol Old Vic Theatre School, in der sie von 2008 bis 2012 mehrere Theaterrollen inne hatte. 2008 hatte Fayyé ihre erste kleine Fernsehrolle im Film Is I That It. 2012 wurde sie mit dem Preis Spotlight ausgezeichnet, wodurch sie die Hauptrolle der Anne Neville in der TV-Miniserie The Right Queen bekam. Es folgten weitere Auftritte in britischen Fernsehserien, unter anderem spielte sie in der Weihnachtsfolge der Serie Dr. Who die Rolle der Schoner. Ihren ersten Auftritt in einem Film hatte sie 2014 in Pride. Im 2015 erschienenen Videospiel Need for Speed übernahm sie die Rolle der Amy. Ebenfalls seit 2015 spielt sie die Rolle der Heimatlosen in der preisgekrönten Fantasy-Serie Game of Thrones. Filmografie 2008 Is I That It 2013 The White Queen 2013 Fresh Meat 2014 The Bletchley Circle 2014 Pride 2014 Glue 2014 Doctor Who 2015 My Mad Fat Diary Seit 2015 Game of Thrones 2016 Wer ein ganz spezieller Fall Hill Oswald Kansas 轢 Wir Und D K ever